Wie soll man einen Film über jemanden machen, den man gar nicht kennt? Aufgewachsen in Lingen, Vater Klempner, Mutter Schneiderin, dann der Tod der Mutter. Ein Schnitt. Friseurlehre begonnen, in der Kriegsgefangenschaft Physiker frisiert. Schauspielen und tanzen gelernt. Das schwarze Trikot, Helga, seine große Liebe. Eine schöne Frau. Berlin, Las Vegas, Paris. Vom Dirigierten zum Dirigenten. Harry vor und hinter der Kamera. Die Maschine, ihre Geräusche, das mechanische Theater. Filme sind bildgewordene Träume, die zu Ende sind, wenn die Realität sie einholt, sagt er. Dabei ist er kein Träumer. Johnny Gitar im Ohr, die rote Händler in der Hand. In Unterhose empfängt er später die Studenten. In Professor Kramers Atelier an der Kunsthochschule Kassel ist jeder willkommen. Es geht um Kunst, um Gewalt, auch um Grenzerfahrungen. Nachts trotzdem die streitenden Stimmen in seinem Kopf. Selbstzweifel, Zweifel an der Leere. Am Ende hoffentlich ein Werk. Die Revolution frisst bedauerlicherweise ihre Kinder, nicht ihre Kreise. Noch so ein Satz. Schließlich, nach Jahren der Erfolge und des Scheiterns, die Abschlussvorlesung. Hört man heute genau hin, heilt sie noch immer durch die Gänge. Ein müder alter Mann. Stark genug gewesen für sein letztes großes Werk. Die Nekropole. Der Künstlerfriedhof. Gern hätte er es gehabt, unter dem Eingangstor begraben zu werden. Doch, kein Denkmal für ihn selbst. Darum ging es nicht. Was bleibt, hat er selbst gesagt. Die Arbeit, die es macht, den eigenen Tod zu überdauern, ist sterbenslangweilig. Schleifel, 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 Sch